Die Regierungen haben in umfassenden Konjunkturpaketen Maßnahmen beschlossen, von denen die Wirtschaft und insbesondere die Gastronomie profitieren soll. Hierzu zählen unter anderem temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze. Nun stellt sich vielen Gastronomen die Frage, was muss ich eigentlich alles ändern und wie stelle ich dies in meiner Kasse um? Hier können wir Ihnen schon einmal eine Sorge nehmen. Generelle gesetzliche Änderungen an Steuersätzen werden von uns systemweit umgestellt. Hier müssen Sie keine weiteren Änderungen vornehmen, da die Senkung der geltenden Standardsteuersätze vollautomatisch im Hintergrund geschieht. Hierzu muss lediglich ein Anwendungsneustart erfolgen, damit die neuen Steuersätze aktiviert werden. Sollten Sie während des Wechsels eines Steuersatzes in einer aktiven Schicht arbeiten, zum Beispiel bis 1 Uhr nachts, müssen Sie kurz nach 0 Uhr die Anwendung neu starten. Ein vorzeitiges Beenden der Schicht ist nicht notwendig. Es werden auf alle Bestellungen vor dem Tageswechsel die alten Steuersätze und nach dem Wechsel die neuen Steuersätze angewandt. Auf dem Rechnungsbon erscheinen dann die jeweiligen Positionen mit den jeweils zum Bestellzeitpunkt gültigen Steuersätzen. Neben allgemeiner Änderungen von Steuersätzen gibt es auch, je nach Land unterschiedliche, Änderungen speziell für die Gastronomie. Da es sich hier meist um speziell auf bestimmte Warengruppen beschränkte Änderungen handelt, ist aus rechtlichen Gründen eine vollautomatische Änderung durch uns nicht möglich. Wir haben aber durch die Schaffung von neuen, temporären Steuersätzen, die durch uns automatisch umgestellt werden, hierfür eine Hilfestellung geschaffen. In Deutschland gilt, abgesehen von den generellen Änderungen der Mehrwertsteuersätze, eine gezielte Senkung des Steuersatzes für ausschließlich Speisen in-house von 19% auf 7%. Um diese Umstellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, haben wir einen neuen, temporären Steuersatz, 19% Mehrwertsteuer in Klammern Covid-19, eingeführt. Sie müssen lediglich im Backoffice die entsprechenden Warengruppen auf diesen Steuersatz ändern. Die Steuerung der Höhe erfolgt wieder automatisch durch Gastronomie. Diese Anpassung gilt ab dem 01.07.2020 bis zum 30.06.2021. Hierbei ist zu beachten, dass durch die allgemeine Steuersenkung der ermäßigte Steuersatz von regulär 7% vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 zusätzlich auf 5% gesenkt wird. Klicken Sie hierzu im Backoffice auf Kochen und Warengruppen. Hier sehen Sie Ihre Warengruppenstruktur. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Warengruppe Food und wählen das Feld Bearbeiten aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü bei dem Feld Mehrwertsteuersatz die Einstellung 19% Mehrwertsteuer in Klammern Covid-19 aus. Bei dem Mehrwertsteuersatz für Außerhaus müssen Sie keine Einstellung vornehmen. Anschließend klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang zu beenden. Im Frontoffice müssen Sie anschließend die Anwendung neu laden. Tippen Sie hierzu auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Anwendung neu starten aus. Bitte beachten Sie, dieses bei allen Ihren Geräten zu machen, die Sie als Kassengerät nutzen. Tippen Sie, dieses bei allen Ihren Geräten zu machen, die Sie als Kassengerät nutzen.